ISG-Schmerzen treten oft als einseitige Rückenschmerzen aus. Als würde jemand wirklich so einen Knoten einfach in den Rücken reinmachen. Oftmals beginnt das mit einem Unwohlsein oder einem stechenden Schmerz, der im Gesäßfluss geht, den Oberschenkel runterzieht und kann sogar bis ins Knie sich ausbreiten. Dieses stechende, manchmal nagende Gefühl kann eine ISG-Blockade sein. Vielleicht hast du schon einmal vom Iliosakralgelenk gehört, kurz ISG. Mit diesen gezielten Übungen, die ich dir jetzt zeigen werde, kannst du vor allem dieses ISG-Gelenk mobilisieren und stärken, was häufig zur Linderung sofort führt und die Symptome auch dabei reduzieren kann. Lass uns das mal jetzt gemeinsam machen. Entirrtung, was bei einer ISG-Blockade immer wieder auftritt, ist, dass man nur anfängt entweder zu mobilisieren oder zu dehnen oder zu stabilisieren. Das Problem dabei ist, du kennst wahrscheinlich auch eine dieser Übungen, die sieht man häufig dazu, wenn man sich dazu mal versucht zu informieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur in eine Dehnübung gehe, eine bekannte dafür ist, dass man sich hinlegt, ein Bein nach oben hält und das so über den Körper rüber kippen lässt. Und damit würde man jetzt die Beckenschaufel öffnen, die würde sich in meinem Fall jetzt nach links bewegen und hier würde die Spannung im ISG-Bereich erleichtert werden. Problem dabei ist, oder der Irrtum, wir haben gesehen in den Studien einfach, alleine bringt das nichts. Die Schmerzlinderung tritt nicht dabei nur ein, wenn man dehnt oder mobilisiert, also ein bisschen Bewegung da reinbringt. Das Einzige, wie man wirklich diese Schmerzlinderung reinbekommt, dass diese ISG-Blockade sich wieder auflöst, ist, wenn man sowohl dehnt, als auch dazu noch eine Stabilitätsübung hinzufügt. Das würde bedeuten, wir müssen nicht nur dehnen, sondern auch zusätzlich noch stabilisieren. Erst dann kann die Schmerzlinderung überhaupt eintreten, anders funktioniert das gar nicht. Wie man das jetzt macht, das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Leg dich dafür wieder auf den Rücken hin. Du kannst das am Bett, auf dem Sofa machen, egal. Du kannst es auch auf einer Gymnastikmatte machen. Das wäre am idealsten, weil hier natürlich der Untergrund am härtesten ist und du brauchst einen kleinen Widerstand dazu. Zum Anfang müssen wir erstmal ein bisschen Bewegung reinbringen, um die Gelenke erstmal vorzubereiten, die Bänder vorzubereiten. Und dafür leg den Kopf ab und hebe die Beine ein bisschen an, sodass du ungefähr 90 Grad Winkel hier in den Beinen und in den Knien hast. Lege die Hände ab und dann bewege die Beine ganz leicht nach links und rechts. Es geht hier jetzt nicht um eine große Bewegung dabei. Das ist gar nicht Ziel der Sache, sondern wir wollen erstmal nur in die Becken schaufeln und in diesem Sacrum, also in das Kreuzbein, wollen wir erstmal ein bisschen Bewegung reinbringen, dass ihr erstmal merkt, okay, da geht jetzt etwas los. Wir wollen dich an die Bewegung ranführen. Dann kannst du die Bewegung etwas größer machen. Insgesamt zehnmal pro Seite. Anschließend stellst du die Beine dann wieder ab und du benötigst dafür entweder ein Gürtel, der würde funktionieren. Im Idealfall hast du ein Terraband. Ich habe jetzt mal eins, was wirklich hier komplett geschlossen ist, würde auch mit normalem Terraband, mit so einem Widerstandsband auch gehen. Nimm das zwischen die Knie. Nimm es zwischen die Knie. Wir brauchen nämlich den Widerstand gleich von unten. Das bedeutet, wir wollen jetzt einen Widerstand erzeugen. Stelle die Füße schulterbreit auseinander und halte die Knie auch so in diesem Widerstand aufrecht. Ich möchte nicht, dass du hier wieder nachgibst, dass die Beine sich schließen, sondern du musst immer einen kleinen Widerstand dabei aufrechthalten. Wie gesagt, es geht ja um die Stabilität in deinem Becken. Jetzt legst du dich wieder hin. Unten sind wir jetzt richtig eingestellt. Jetzt müssen wir allerdings das Becken noch in die richtige Position bringen. Das können wir über eine sogenannte Beckenbewegung machen. Dafür kannst du den Oberkörper mal ablegen. Und du kannst mal versuchen, ein Hohlkreuz zu machen. Wenn du hier unten durchgreifen kannst, guck mal, ich kann hier meine Hand unten durchschieben. Wenn du ein Hohlkreuz machst, dann ist dein Becken nach oben gerichtet. Du kannst aber auch deinen Rücken auf den Boden drücken. Jetzt würde nichts mehr da durchpassen. Hierüber, diese Bewegung, leitest du über dein Becken. Wenn ich hier nach oben gehe, drücke ich das Becken nach oben hin, dass es sich aufrichtet. Oder, dass ich es auf den Boden drücke. Mein Po kommt ein bisschen mit hoch und ich drücke meine Lendenwirbelsäule auf den Boden. Diese Bewegung machen wir jetzt erst ein paar Mal, damit wir dieses Gefühl da erstmal reinbekommen. Jetzt möchte ich, dass du ins Hohlkreuz gehst. Also, dass du hier deine Hand unten durchschieben könntest. Wenn du diese Position eingestellt hast, dann achte nochmal auf deine Knie. Also, Knie bleiben, wo sie sind. Und du hältst das Hohlkreuz. Kopf ablegen. Und jetzt bist du richtig eingestellt. Ich möchte, dass du alles genauso jetzt lässt. Und jetzt in der Bewegung nach oben gehst. Und du wirst merken, die Anstrengung ist ein Vielfaches höher. Einfach, weil du jetzt die ganze Stabilität aufrechthalten musst. Du gehst nach oben und langsam wieder runter. Versuche dein Becken dabei auch so aufgerichtet zu lassen. Vertrau mir, wenn du das ein paar Mal machst. Wir haben jetzt die Mobilität da drin und die Stabilisierung über das Terraband da unten. Es ist ein Vielfaches anstrengender, aber einer der besten Übungen dafür. Wir haben jetzt Stabilisierung und Mobilisierung in einer Übung. Also viel mehr können wir gar nicht da drin reinbauen, was zur Erleichterung von Schmerzlinderung dabei ist. Wie häufig man das machen sollte. Zehn Mal mit drei Wiederholungen. Also insgesamt zehn Mal, kurze Pause, zehn Mal, kurze Pause, zehn Mal, kurze Pause. Das reicht dann auch erstmal, damit du die Muskulatur auch wieder ein bisschen Pause dann geben kannst. Das reicht vollkommen aus. Anschließend bewegen, 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 nicht schonen, nur mal hinzulegen, wenn man erschöpft ist, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn du nur Pause machst, dann wird es nicht besser, sondern es wird nachhaltig schlimmer. Deswegen bewegen, spazieren gehen, das ist das allerbeste, was du für dich machen kannst. Du weißt jetzt, wie entscheidend Bewegung im fortgeschrittenen Alter ist. Was wäre, wenn du all das erreichen könntest, ohne dein Zuhause zu verlassen? Ich spreche von meinem achtwöchigen Hocker-Gynastik-Kurs. Möchtest du wieder dein Herz-Kreislauf-System stärken oder endlich diese lästigen Rücken-, Nacken- oder Schulterverspannungen wieder loswerden? Dieser Kurs ist genau das Richtige für dich mit Übungen, die speziell darauf abgestimmt sind, um dich bei deinem Ziel wieder zu unterstützen. Das Beste daran, du brauchst nur einen einfachen Hocker zu Hause und etwas Platz um dich herum. Du brauchst keine teuren Geräte, keine komplizierte Übungen durchzuführen. Und das allerbeste, deine Krankenkasse übernimmt bis zu 100% der Kurskosten. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video, um mehr zu erfahren und sichere dir einen Platz im Kurs.